Hallo, ich bin George von der Firma George Music Shop aus Hamburg in der Gärtner Straße und ich vorstelle etwas berichten über zwei Ukulären, die ich bekommen habe. Das handelt sich hier um Tanglewood-Ukulären, eine Sucran und eine Tenor. So, das ist jetzt eine Tanglewood-Tenor-Ukuläre mit der Bezeichnung TU4. Und ich mache mal den gleichen Anschlag, gleiche Video-Einstellung, aber die Bezeichnung. Ja, jetzt ist eine neue Größe, hat einfache Mechaniken. Holz ist Morgoni und die Kreise der Instrumente seht ihr dann hier unten. Ja. 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 Ja.